Die kann ich dir auch gerne alle schicken. Kann ich dir auch gerne alle schicken. Gibt sie online? Gibt sie online? Da musst du schon die einzelnen Bücher schicken. Das ist nicht wie bei sunnah.com, dass du da reingehst und weißt du? Die sind wahrscheinlich nicht übersetzt, ne? Auf Deutsch und auf Englisch. Auf Englisch doch. Ich folge dir jetzt und dann schicke ich dir die ganzen Überlieferungen, die ich hier rein erwähnen werde. Okay. So. Komme als allererstes die Geschichte von Khaybar. Okay. Rasulullah war mit den Muslimen vor Khaybar. Er wollte die Khaybariten, die Juden, zum Islam einladen. In dieser Zeit lebten zwei Könige. Das waren Brüder. Das war einmal Marhab und sein Bruder. So. Das waren jüdische Könige. Die haben dort gelebt und waren auch sehr bekannt bei den Arabern. Die Juden haben diese Einladung abgelehnt. So. Was hat Rasulullah gemacht? Er hat nochmal versucht, sie zu überreden. Hat er nicht geschafft und hat gesagt, okay. Dann wollte Marhab und sein Bruder sind rausgekommen von der Burg. Es gab eine Burg. Diese Burg existiert noch mit, äh, sieht aus wie eine Ruine bis heute. Und dann kamen die Könige raus. Dann kam Marhab raus. Dann hat er gesagt, wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Wisst ihr denn nicht, an welche Tür ihr klopft? Und dann hat Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi, Ali ibn Abi Talib, okay, seine rechte Hand, Ali, geschickt und gesagt, rede mit ihm. Ali ibn Abi Talib ist hingegangen und hat gesagt, wir sind, wir sind Nachbarn in der Religion und wir sind näher als euch, als die Leute aus Mekka, die auf dem Weg hierhin sind, um euch zu schlachten. Wir wollen euch nur, wir sind nicht gegen euch, wir sind mit euch. Was hat Marhab gemacht? Ein Angriff gestartet. So. Weil er hat gesagt, ihr Muslime seid vom Teufel und wir Juden glauben an unseren Moses und an unseren Gott. So. Dann fing die Schlacht an. Rasulullah, merkt ihr das? Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Teslima wurde im Khaybar nie vergiftet. Die einzigen zwei Frauen, die Rasulullah vergiftet haben, waren Aisha und Hafsa. Weil, wir finden eine Überlieferung in Sahih al-Bukhari, wo Rasulullah im Sterbebett lag und Aisha und Hafsa ihm was verabreicht haben und er sagte, gib mir dies nicht. Und sie sagten, doch, der Kranke erzählt Schwachsinn. Gib ihm dieses Medikament. Und als er das zu sich nahm, sagte er zu Aisha und Hafsa, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt mir dieses Medikament nicht geben? Aisha und Hafsa haben ihn vergiftet und nicht Khaybar. Das ist zum Beispiel eine große Lüge in den sunnitischen Quellen, das was auslöst. Eine große Fitna zwischen Christen und Muslime. Ich sag immer wieder, guck mal, ich bin oft bei christlichen Lives drin, okay? Ja. Ich gebe jedem Christen recht. Warum? Wenn jeder Christe mit einem Sunniten debattiert, dieser Christ wird niemals Muslim. Niemals. Weil der falsche Islam repräsentiert wird. Das ist ganz einfach. Das ist wie in der Zeit von damals. Wie haben die Muslime die anderen Länder erobert? Mit Schwert oder mit Reden? Mit dem Schwert? Warum? Historisch gesehen wissen wir alle mit Schwert, genau. Mit Schwert. Warum? Weil das der falsche Islam, das war nicht der richtige Islam. Der falsche Islam wurde verbreitet. Das ist das Islam der Benni O'Meille, der Sunniten. Ja, genau. Pass auf. Pass auf. Du hast ja eben gesagt, dass die Fitna machen. Richtig? Richtig durch ihren Lügen. Es gibt natürlich unwissende Sunniten, wie gerade hier der Typ, der hier reinkam, der hatte nicht viel Wissen. Ich will ihn auch gar nicht attackieren, aber es gibt wahrlich Sunniten, die Wissen haben und die wissen, dass ihre Bücher sich widersprechen und trotzdem auf einem falschen Irrweg sind. Was ist, wenn ich dir jetzt zeige, dass Allah selber Fitna macht? Zeig. Ich weiß schon, was du rausbringen wirst. Sura Al-Furkan. Vers 20. Allah sagt, und wir sanden vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir, also Allah in seiner königlichen Form, haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und das arabische Wort dafür, was Allah selber macht, ist Fitna. Richtig. Fitna. Und du hast gesagt eben, die Sunniten machen Fitna. Die machen doch genau das Wichtige, weil Allah selber Fitna. Nein, nein, nein. Kommandum ist jetzt eine Sache unterscheiden. Die Sunniten machen automatische Fitna durch was? Durch eine Lüge, die verbreitet wurde. Allah subhanahu wa ta'ala bringt Fitnen in diese Welt, um einen Menschen zu testen. Okay? Wenn ich jetzt zum Beispiel Streit mit dir habe, wegen einem Typen, der zwischen uns Fitna gemacht hat, okay? Dann wollte das Gott so, warum? Weil er uns testen will, wie stabil wir in dieser Situation gerade sind. Ja, aber trotzdem. Das ist genau das selbe Beispiel wie Aisha und Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Ja, okay. Die Schiiten glauben daran, dass er eine schlechte war. Warum hat sie den Propheten geheiratet? Warum hat der Propheten eine schlechte geheiratet? Kann ich die ganze Zeit sagen? Also die Muslime. Pass auf, das was du gerade jetzt sagst, das kann jeder anwenden, der hetzt und erst recht die Sunniten. Die können das jetzt sagen, nein, wir halten uns da dran, weil Allah selber für die Mühe sind die Prüfung. Er sagt dann, die können dann sagen, dass sie die wahren Muslime sind, egal ob das jetzt war, Habiyah ist oder Schafi ist oder was weiß ich was ist, Salafi ist. Die können diesen Vers nehmen, weil Allah selber Fitna macht und sagen, dass diejenigen von Allah dahin geschickt wurden, weil Allah selber derjenige ist, der sie zur Versuchung gemacht hat, für die anderen, das heißt für die Sekte, die diesen Vers nimmt, um zu beweisen, dass sie die einzig waren sind, die standhaft sind. Richtig, okay. Darf ich kurz ergänzen. Du sagst gerade, Allah macht Fitna, das heißt die Sunniten, wenn die Fitna machen, ist das richtig. Nein, ganz kurz. Allah macht Fitna zwischen Menschen. Warum? Um sie zu testen. Er ist ein Prüfer. Der Sunni, der Fitna macht, darf nicht prüfen, da er kein Prüfer ist. Das ist der Unterschied. Es gibt eine Fitna von Gott, die gemacht wurde, um was zu erreichen? Um eine Prüfung zu erreichen. Fitna gleich Prüfung. Ein normaler Mensch, zum Beispiel ein Sunnite, der über Fitna spricht oder Fitna verbreitet, der darf dies nicht als Prüfung ansehen. Warum? Du darfst nicht dastehen und sagen, ich habe Fitna gerade gestiftet, ich will mal sehen, wer von denen... Nein, du bist kein Prüfer. Allein Gott ist der Prüfer. Und er prüft jeden Menschen, egal auf welche Art und Weise. Pass auf. 25, 20, war das, ne? Ich finde das schon... Guck mal, hier sind viele Leute drin, die mich kennen. Ich finde das schon lachkig, wenn du mir sunnitische Überlieferungen bringst. Kein Problem. Da muss ich immer lachen. Aber hier steht genau das andere... Hier steht das anders übersetzt. Hier steht geschrieben und Allah sagt, und wir haben die einen von ihnen, also von euch, hier steht nicht drin, er hat Prüfung gemacht. Hier steht drinnen und wir haben die einen von euch zu versuchen, für die anderen gemacht. Das heißt, er hat die hier auf die aufgehetzt. Also Allah hat gehetzt. Verstehst du das? Guck mal, dieser Vers, den du gerade vorliest, an wen geht das? Guck mal, Allah spricht in diesem Vers. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht. Für die Muslime. festzustellen, ob du standhaft seid. Ja. Steht doch. Oder diesen Tepsir. Oder diesen Tepsir. Weißt du, was du damit du machen kannst? Diesen Tepsir, ne? Druckst du aus. Ja. Diesen Tepsir druckst du aus und dann schmeißt du den Eifer wieder in den Müll. Warum? Dieser Tepsir ist eine reine versagte Lüge. Okay, okay, okay. Alul Bait, Alul Bait. Dann nenn mir jetzt. Guck mal, du hast bis jetzt. Guck mal, du hast gerade ganz gut, du hast gerade den Koran festgelesen. Okay? Guck mal, guck mal. Guck mal unter euch. Ich sag euch. Gibt es sowas? Gibt es sowas? Gibt es das? Wenn ich jetzt? Soll ich drücken? Schreib, Schia Tepsir, Imam Hassan al-Askari. So. Weil du hast bis jetzt keinen, also du hast Imam Hassan al-Askari. Tut mir leid, ich bin gerade nicht zu Hause, ich habe kein zweites Handy, ich kann dir auch gerade gar keine Dinge ins Bringen. Quellen bringen, bis ich genau schieße. Gefolgt, damit ich den Nachschicke. Tepsir, Imam Hassan al-Askari. Aleyhisselam. Guck mal her, ich greife die Christen nicht an. Ihr habt eure Religion, wir haben unsere. Ich verteidige nur meine Religion. Also, ich muss jetzt irgendwo draufklicken, wahrscheinlich. Ich war noch nie auf dieser Seite. Ja, um ehrlich zu sein, wir schauen und ihr auf die Seite, ich habe das Buch, halt nur, ich habe nur das Buch davon. Okay, okay, dann machen wir das so. Du nimmst dir jetzt irgendwie das Wochenende oder die Tage Zeit und nächste Woche so gut hin? Auf meinen Kopf, nicht nur auf meinen Kopf, sondern auf meinen Rücken. Ich werde dir das alles beweisen. Ich mache, ich mache jetzt, weil ich meistens mit sunnitischen Muslimen rede und wenn zum Beispiel jetzt ein Schia kommt, dann bleibe ich nur beim Koran, ist ja klar. Ja. Weil ich nicht die Quellen habe. Ich habe die Quellen nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich werde mir auch diese Hausaufgaben machen, gerne. Und dann, so Gott will, und wir noch leben, nächste Woche. Danke, so Gott will. Ja, dann danke, dass du da warst. Sorry, Bruder, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Alles gut, danke. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Sie auch so. Möge Jesus Christus euch segnen. Möge der Herr dich segnen, mein Lieber. So, meine Lieben, das war genau, Leute, versteht mich nicht, als kleinen Moment. Wer möchte hoch? Danielo möchte hoch. Das war ein schönes Gespräch. Genauso wollen wir auch reden. Wir wollen in Ruhe diskutieren und sprechen über unsere Quellen. Und er hat aber zugegeben, dass er aktuell keine Quellen hat, weil er unterwegs ist. Warten wir einfach ab, bis er seine Quellen rausholt. Und danach können wir, ich werde meine Hausaufgaben machen und dann können wir auch mit ihm reden. Ja, mit Schiiten kann man definitiv besser reden und deswegen, sie hassen auch, also es ist wirklich ein großer Hass zwischen Schiiten und Sunniten, weil die einen sagen, das sind keine Muslime, die anderen sagen das genauso. Und die Sunniten sagen aber über die Shias, dass sie mehr mit uns klarkommen. Also die Schiiten kommen mit uns besser, klar. Ja, weil es auch Lehren gibt, dass auch nicht nur von der Shia gesagt wird, nicht nur Muslime in den Himmel kommen, ähm, genau, sondern auch Christen, ja. und laut Sunniten ist das ja nicht so. Deswegen, Marc Odinson, du bist heute wieder als Gast. Ich höre alles doppelt. Ich höre alles doppelt. Okay, dann tu ich dich mal kurz raus. Er hört mich doppelt. Wir können gleich zweiten Versuch machen. Ähm, ihr Lieben, möchte noch jemand hochkommen und Fragen stellen zu dem Christen? Weil, ähm, hast du mich noch doppelt, oder? Äh, ja, ja, ja. Ja, ich höre mich noch doppelt. Warte, warte kurz, ich mache es so. So, ähm, genau, ja, genau, hier schreibt schon einer, ja, wäre gut, wenn du aus der Bibel predigst, so sieht es aus. Das haben wir auch eben gerade gemacht. Wir können heute, ähm, also, wir haben eben aus der Offenbarung natürlich gelesen, dass der Herr Jesus Christus Gott ist und, dass er auch zurückkommen wird, um die Welt zu richten, definitiv, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die Augen, die ihn durchstochen haben, werden ihn sehen. Jeder wird erkennen, ja, dass er der wahre Gott ist und dass nur er ewiges Leben geben kann und dafür sind wir da. Wir wollen euch Menschen dazu einladen, wir wollen von seiner Liebe berichten, von seiner Gnade, dass Gott Liebe ist und Gnade ist und das hat er am Kreuz bewiesen, ja, denn er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, ihr Lieben? und ich weiß, die meisten schauen sich gerne an, wie hier und dort mal laut, angegriffen, beschimpft, leider, ähm, Hetze getrieben wird, ja, ähm, aber genau, wie der Bruder auch unten schreibt, unsere Absicht ist, Menschen wieder nach Hause zu führen, zum wahren Gott, zu Christus, damit ihr nicht verloren geht, damit ihr nicht verloren geht, sondern gerettet werdet und befreit werdet vor allen Dingen von Ideologien und von Religionen und von, von einfach, was euch von Kindheit auf eingetrichtert wurde, ja, dass ihr euch selber auf den Weg macht und Schriften studiert und nicht irgendwie irgendwelchen Leuten glaubt, sondern auch überlegt, es muss einen Schöpfer geben, wenn es diesen Schöpfer gibt, dann kann er auch, er kann auch selber zu mir in irgendeiner Form sich mitteilen, dass es ihn gibt, dass er mich liebt, ja, das kann er und das will er und das hat er durch den Herrn Jesus Christus gemacht und er ist ans Kreuz gegangen und hat uns seine Liebe bewiesen, als wir noch Sünder waren, ja, mein lieber Sheikh, mein Sheikh, du bist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der lange Zeit in einer Religion gelebt hat und du hast dir sehr viel Wissen angeeignet durch arabisch sprechende Ex-Muslime, die extrem in dem Sinne gefährlich sind für den Islam und ja. Bruder, ich war selber eine Gefahr für die Gesellschaft. Du warst eine Gefahr, ja. Ich war eine Gefahr für die Gesellschaft, ich habe sehr viel, was ich gemacht habe, war gar nicht gut, ich bin gar nicht stolz drauf, wirklich, ich bin nicht stolz drauf auf das, was ich gemacht habe, ich bin wirklich, ich habe wirklich die Argumente, die die Muslime hier bringen, lächerlich. Ich habe Argumente gehabt, ich habe Priester, Pfarrer zum Zweifeln gebracht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mehr stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ich bereue das so sehr, weil hinterher bin ich dazu gekommen und ich bereue das auch so sehr, weil ich in meiner eigenen Familie damit sehr viel Schaden angerichtet habe. Ich sage so, meine Familie war nicht so arg gläubig. Meine Schwestern, meine Mutter, mein Vater, etc. Die waren nicht so großartig gläubig. Immer wenn wir jedes Jahr in der Türkei waren, es war halt bei uns immer so, brauche ich jedes Jahr Türkei. Wenn ich meine Mutter gefragt habe, Mama, wo gehen wir hin? Gehen wir mal woanders hin? Ich wollte auch mal die andere Welt sehen. Jedes Jahr hieß es immer Türkei, 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 Türkei. Immer wieder Türkei. Dann waren wir jedes Mal in der Türkei. Und in der Türkei haben wir halt, Enishter heißt es, dort haben wir gelebt. Er war der Imam von einem Dorf mit 1000 Einwohnern knapp. Davon waren 700 Esel. Wir haben dort in einer Moschee gelebt. Ich habe dort alles eingetrichtert bekommen. Wirklich alles eingetrichtert bekommen. Und es war auch eigentlich Absicht, dass ich Hafiz werden sollte. Ich war auch auf dem besten Weg dorthin. Ich habe erst lange gemacht, mir sieben Jahre in dem Dorf. Ich habe in diesem Alter, wenn mir irgendjemand wirklich irgendetwas von den islamischen Schriften gezeigt hätte, wäre ich niemals weiterhin Muslim gewesen. Ich hätte nicht 30 Jahre meines Lebens wirklich weggeschmissen. Also du wolltest in der Moschee leben, ne? Du wolltest in der Moschee leben. Ich habe in der Moschee. Ich konnte ja nichts dafür. Wir sind in die Türkei gegangen, in den Urlaub. Und dort haben wir halt gelebt. Wir haben, in der Türkei ist es halt üblich, dass man so Tabakfelder hat. Ich bin in die Türkei zum Urlaub machen gegangen. Ich durfte dort arbeiten. Wir sind auf Tabakfelder arbeiten gegangen. Mein Ähnlichster hat in einem Dorf gelebt. Wie gesagt, er war dort Imam. Und da, wo man gebetet hat, da, wo die Minarette war, daneben war auch direkt ein Haus, verbunden mit der Moschee. Dort haben wir gelebt. Also quasi in der Moschee habe ich gelebt. Und die Sache ist die, den Schaden, den ich dadurch angerichtet habe, auch bei meiner eigenen Familie, weil die waren nicht so stark gläubig. Die waren wirklich nicht so stark gläubig. Und die haben gesehen, dass ich als kleines Kind, wirklich als kleines Kind, mit fünf, sechs Jahren, auch wo ich in Deutschland war, die Moschee war ein Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Jeden Tag wirklich fünfmal ein Kilometer hingelaufen, ein Kilometer zurückgelaufen. Fünfmal am Tag gebetet, mit fünf, sechs Jahren. Meine Mutter und meine ganze Familie war so sehr davon beeindruckt. Eines Tages steht meine Mutter morgens auf und kann auf einmal mal wieder, ich lasse sie auswendig. Und dann kommt sie und sagt, mein Sohn, du bist ein Zeichen von Allah. Dank dir kann ich wieder diese Suchen auswendig. Das muss etwas Positives. Ich bereue das, dass ich sie wieder in diese Fährte reingebracht habe. Heute versuche ich sie wieder rauszuholen. Aber es funktioniert nicht. Sie handelt genau so, wie der Koran es von ihr verlangt. Selbst wenn dein eigenes Fleisch und Blut es ist, schmeiß dein Fleisch und Blut weg. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Im Endeffekt habe ich dieses Unheil über mich selbst irgendwo gebracht. Es war natürlich sehr, sehr schlecht. War das deine Antwort auf deine Frage, Bruder? Ja, solche Geschichten hören wir wirklich oft. Und der Herr hat dir auch gesagt, ganz klar, wer Mutter oder Vater oder Kinder mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und er hat auch gesagt, dass auch geistlich gesehen wird auch ein Schwert kommen zwischen Familienmitgliedern. Also Schwert nicht im Sinne von, dass wir die Familienmitglieder passen, sondern geistlich. Bruder, ich habe dir ja diesen Vers zitiert. und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, was mit diesem Vers eigentlich gemeint ist. Habe ich dir ja schon mal erzählt, genau diesen Vers. Dass Christus sagt, ich habe nicht das Schwert gebracht, ich habe gebracht das Schwert, um zu trennen zwischen Familienmitgliedern im Endeffekt. Mit diesem Schwert war ja wirklich dieses Schwert gemeint, der Trennung. Genau. Ja. Hola, hola. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir? Achie Ex, hallo, wie geht es dir? Ich mache gut. Ich möchte dich über Leviticus 25 über Leviticus 25. Kannst du auf Leviticus 25? Okay, du sprichst Deutsch? Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Du kennst mich, ich bin amerikanisch, ich spreche nicht Deutsch. Aber hörst du, Leviticus 25, kannst du mir helfen? Every time I see you mit der Kamera, du lest Englisch, du lest aus dem Englischen Bibel, du lest aus dem Englischen Koran, geh auf Leviticus 25. Ja, du kennst Leviticus 25. Why you never answer question in your life, man? We are not properly speaking English like you do it. Open your camera. I will read it to you. I will translate to German. Open your camera. Show the people Leviticus 25, Vers 44 Vers 46 Because me I'm like the black man over there in the Bible You see that behind you? That black man? Me and him is the same so I want you to help me Why Leviticus say Black people you have to enslave like a cow Read it Leviticus 25 Mohammed said the same Why are you running? Oh so your God He allows enslaving the black people So you're okay with that So you want to run away from your Bible You don't want to answer My friend My friend Do you know Why are you so scared man Why are you so scared of the Bible Are you Muslim? If I ask you a question Answer my question My friend Do you know what slaves are Or what slaves were Back in their time In the Bible it says Do you know what slaves It says even sell your daughter as slaves Yes Even your own daughter make her a slave Do you know what slaves were Back in that time Property Property Like a car They have with the household for example No they have They have sex with you Like numbers I have to ask you to You know what We know Cheikh Guck mal Bei der Bei der Sura Sumer 60 Wo du im Koran Das mit den schwarzen Gezeigt hast Ja Bruder Cheikh Geh mal da bitte rein Schau mal was da steht Da steht nicht schwarz Ich weiß Da steht nicht schwarz Da steht Ding weiß Nein 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 Da steht Da steht nichts Von schwarzen Männer Oder so Wegen der Hautfarbe Steht da nichts drin Bruder Hör drauf Mach schwarz Kamera Schwarz Dann sieht man besser Wenn es hell leuchtet Die Schrift Was bist du Deutsche Übersetzung Nein 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 Da steht Nein Ich will dir jetzt nur was zeigen Ich mach das bitte Bitte auf Deine Kamera Zeig es mir mal Die Sumer 60 Ich will da ganz kurz was verbessern Du bist der Beste Ich liebe dich doch auch Genau dann Wenn mein Akkule ist Diesmal kommst du genau dann Wenn mein Akkule ist Warte Du weißt Bei Hadith Ich mische mich nie ein Aber bei Koran Wollte ich mich nur einmischen Alles andere Da kenne ich mich viel zu wenig aus Oder wenn Koran dein Problem ist Dann machen wir mit Koran weiter Da finde ich dir genauso viele Probleme Nein Das mit dem schwarzen jetzt Da könntest du mir bestimmt finden Weil ich ja nicht vielleicht so weit bin Aber Das Das Diese Diese Summe 60 Summe 39 60 Okay mein Bruder Also gut Machen wir weiter Wie du sehen Scheiße Meine Kamera ist nicht Entschuldigung für meine Kraft aus Druck Warte Lass dir Zeit Alimo Jetzt ist endlich Wochenende Morgen übermorgen Schön Fahrrad fahren Oder Schön Oh Oh Alimo Bruder Warte kurz Ich muss die Kamera drehen Ja kein Problem Warte ich muss mein Warum dreht das nicht die Kamera um Ja Der ist nicht für dich Nein Nein Jetzt besser Ah Alimo Mein Bruder Das ist 39 60 Wie ich habe dir gerade gezeigt Warte kurz Meine Kamera ein bisschen sauber machen Ja Da ist bin ich ein bisschen Ein bisschen Eher Privat oder so Warte ganz kurz Okay Alles dein Fahrrad schuld Also Mein Fahrradkette Da war mein Fahrradkette Ich kann es mir ein Tuch geben Irgendein Tuch wo sauber ist Nicht so wie meine Hose Ich glaube meine Hose ist irgendwie komisch Alles klar Ich muss ein bisschen zurückgehen Vielleicht Warte ganz kurz Das kriegen wir schon hin Das weiß ich Du bekommst alles hin Jetzt 39 60 Okay Ja Okay Meine Güte Ja mach ein bisschen Hochstück kein Problem Hast du das Deutsche Pass auf mein Freund Kannst du ein bisschen Englisch Egal ich übersetze Es geht mir nicht darum Mir nicht Ich will nur Das die Leute wissen Dinde Allah Mördei Hör zu Ja And on the day of resurrection You will see those Who lied about Allah With their faces Blackened Richtig Weißt du was es heißt Geh mal auf die nächste Übersetzung And on the day of resurrection Though Mohammed Sees those Who lied Concerning Allah With their face Blackened Gehen wir in die nächste Übersetzung An resurrection day You will see How the faces Of the ones Who have lied About Allah God Will be blackened Ja Was heißt das Is there room in hell Jetzt übersetzt das mal bitte in deutsch Auf Bruna Nein die Übersetzung ist richtig mit black Das stimmt Aber jetzt übersetzt das mal bitte in deutsch Ja Soll ich es dir lesen Auf deutsch Welte Suche war das? Okay Ich habe schon 39 69 60 Und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen die über Allah gelogen mit geschwärztem Gesicht und was heißt das jetzt Bruder ganz ehrlich dass die im Gesicht schwarz werden vor Angst heißt das nicht dass es die schwarzhäutige sind Oh Mann Ganz ehrlich Scheich Sei zu dir jetzt ehrlich Du weißt ich rede Normal Aber das heißt nicht mit Das sind nicht die schwarzen Menschen Die Hautfarbe schwarz sind Sondern dass die schwarz im Gesicht werden Du bist echt der Beste Ist so Scheich Ist das ehrlich gesagt von mir oder nicht? Du bist der Beste Warum? Du bist der Beste Was soll ich sagen? Nein das wollte ich nur In Hadith steht Guck Scheich Du weißt wie ich bin Meine Meinung Ich muss wenn ich das was sehe Was im Koran jetzt nicht Das ist was ich jetzt gelernt habe schon Dann muss ich das schon verbessern Wenn in Hadith steht Sage ich nichts dazu Gar nichts Wirklich Bruder ich sage dir ganz offen und ehrlich Ich sage dir ganz offen und ehrlich Ich finde das schon ziemlich rassistisch Was? Ich finde das schon ziemlich rassistisch Was? Ja das Alles mögliche Diesen Koranvers Die ganzen Hadithe dazu Und wenn du möchtest Kann ich dir auch die tafsiere dazu Das ist doch so Guck mal Aber schau Scheich Wenn du jetzt Das gibt es doch bei uns Wenn wir auf Deutsch reden auch Der Junge hat das gesehen Und war voll bleich im Gesicht Genau Weil er Angst hatte Aber warum sind hier die Leute Warum sind hier die Gesichter schwarz Wenn sie Angst haben Genau das Umgekehrte Bruder Wenn du jetzt Schau mal Wenn du jetzt Da weiß hingeschrieben hättest Dann würdest du sagen Guck mal Alle weiße müssen in die Hölle Wenn da schwarz steht Sagst du Ah alle schwarze Das hat nichts mit dem zu tun Sondern Das heißt einfach Dass die Gesichter Auf einmal schwarz werden Was Wenn ich das auf türkische Wenn ich bei der türkischen Übersetzung gehe Wenn ich dir das jetzt Gut das versteht ja niemand Deshalb ist egal Das kann ich dir mal gerne lesen Auf türkisch Dann merkst du Das sagt man doch bei uns töten Oder nicht Okay Was willst du mir damit sagen Oder nicht Sollen wir tafsiere dazu lesen Ja Das sind dann deine Sachen Wo du dann natürlich auslegen kannst Diese tafsiere habe ich nichts dagegen Aber und nochmal was Scheik Bruder Guck mal Wegen dem Fitna Kannst du die Sude 64 15 bitte aufmachen Da steht auch Fitna Guck mal was dann Das für eine Bedeutung Ich gebe dir in dieser Sache Ja gar nicht Unrecht Es gibt natürlich Es gibt natürlich Nicht Koran Es gibt natürlich Im Koran Es gibt im Koran Natürlich Suren Die deine Behauptung stützen Ich verneide das ja gar nicht Aber was ist mit all den Versen Die dagegen sind Wusstest du übrigens Dass 64% deines Korans Nicht auf den gläubigen Muslimen basiert Sondern nur von uns Kuffar handelt Und insgesamt Und insgesamt Alle Bücher mit eingenommen ist Die Sunna des Propheten Die Hadife etc Dass 60% des islamischen Glaubens Darauf beruht Wie man mit den Ungläubigen umzugehen hat Schau Wieso sind Allah Wieso sind Allah Die Ungläubigen Wichtiger als die Gläubigen Warum 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 Ungläubigen Was haben die Propheten Mit wem haben die Propheten Es immer zu tun Mit wem Wie was mit Propheten Habe ich dir doch gerade gesagt Der Koran Mit 64% daraus Wie man mit den Ungläubigen Zu handeln kann Ich weiß nicht Ob du das wusstest Aber 109 Verse im Koran Sind quasi hasserfüllte Verse Gegen Nicht Muslime Und 27 dieser Verse Sind direkte Tötungsbefehle An Nicht Muslime 64% des Korans sind das Von Versen Ja Aus dem Koran Nicht aus dem Hadith Wie viele Wie viele Christen Gibt es auf der Welt 2 Milliarden Was hat das damit zu tun Na ich will dich doch was fragen Ganz kurz Jetzt lass mich doch mal was fragen Bruder 2 Milliarden Stimmt's 2,3 Ja Und wie viele Milliarden Sind es weltweit Sagen wir mal 7,5 2,3 Wie viel 2,3 Nein Weltweit Menschen Ohne Ohne Keine Ahnung Mittlerweile 8,5 8,8 Milliarden Sagen wir mal Gegen wie viele Menschen Musst du Gerade kämpfen Dass Christentum Das Richtige ist Gegen 5 Milliarden 6 Milliarden Stimmt das? Du warst gerade abgehackt Man versteht nicht Was du sagst Okay Ich meine Wenn du jetzt Du bist gerade abgehackt Man hört dich nicht Man hört mich nicht Hört mich niemand Fangen noch mal von vorne an Man hat dich nicht gehört Alemo 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 Aber ich hab Jetzt wieder Ich hab das hier auf Englisch Wir können auch Tapsiere lesen Es gibt auch mehr Stellen Zum Beispiel wird dieser äthiopische König Sein Kopf wird Er wird schwarz genannt Sein Kopf wie eine Rosine Er hat doch mehrere vorgelesen Auch die von der linken Schulter Die von der linken Schulter Die werden in die Hölle gehen Das sind schwarze Dann auch der schwarze Hund Der Teufel genannt Und auch die hier Das ist jetzt Hadith Halt 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 Ja aber Allah Allah wird diese Gesichter Guck mal hier steht das Ihre Gesichter Hier steht auch Ja ja aber ich hab's gerade Weißt du was das bedeutet Aswat Dieses Wort kommt von Aswat Von schwarz Das bedeutet Er schmerzt dir Die Gesichter ein Schwarz Harut Schau mal Das macht sie extra schwarz Das kommt doch da drin Das hab ich nicht verleugnet Ich hab ihm Aber warum Aber warum dieser Hass Gegen diese Farbe schwarz Guck mal Ob ein Mensch schwarz Oder weiß ist Ob ein Mensch schwarz Oder weiß Da jö Da jö Guck mal Egal ob schwarz oder weiß 22 Uhr 22 Uhr 22 Uhr Aber er sagt das ist nicht verdunkelt Wieso Warte mal bitte ganz kurz Warte mal ganz kurz Warte mal bitte ganz kurz Nicht mehr dunkel Nicht lügen Schau mal die Sache ist die Nicht lügen Nicht lügen Jetzt lass einmal mich ausreden Mich ausreden lassen Sonst Knockout Die Sache ist doch die Die Sache ist die Wieso andauernd Diese Herabwürdigung Von schwarz Der schwarze Hund Der Teufel Der schwarze Wenn ihr wissen wollt Wie der schwarze Teufel aussieht Geht und schaut euch Nabthal an Dann sind die ganze Zeit Auch schwarze Sklaven Wieso dauernd Diese Herabwürdigung Der schwarzen Schau mal Ob ein Mensch Schwarz Weiß Blau Grün Oder rot Ist Es hat doch nichts Mit dem zu tun Ob ein Mensch Gut oder schlecht Ist Das hat nichts Damit zu tun Obendrauf Obendrauf Ist das eine dicke Eine extra Frette Lüge Denn dein Herz Deine Hautfarbe Hat nichts damit zu tun Ob du ein guter Oder schlechter Mensch Guck mal Schächt Bruder Wenn Allah Über die schwarzen Schimpfen würde Würde ich ihn fragen Wieso heißt Du sie dann erschaffen Deshalb hat es mit der Hautfarbe Der Menschen Doch nichts zu tun Er sagt Das sagen wir doch In deutsch auch Der ist voll bleich geworden Ja aber er sagt Doch in Jami Ja Tilmi die 38 Warum er sie erschaffen hat Halt Du bist schon wieder In die Hadith Reingerückt Ja ich weiß Die magst du nicht Siehst du Weil das sich nicht Mit dem Koran Übereinstimmt Ich kann nicht mir vorstellen Guck mal Bruder Ich kann mir nicht vorstellen Dass es ein Hadith Gegen den Koran ist Weil dann ist es kein Hadith Dann ist es ein Rewire Das ist eine Überlieferung Von irgendeinem Trottel 100% Weil er kann Aber ich habe es dir doch Aus dem Koran Auch gezeigt Was hast du mir Jetzt gezeigt 3960 Du hast mich doch selber Darum gebeten Dass ich den Vers aufmache Natürlich Weil du wahrscheinlich Erwartet hast Dass da was anderes steht Dann habe ich den Vers Aufgemacht Und du hast genau das gefunden Was ich vorher zitiert habe Bruder ich habe doch gerade Nicht gesagt Da steht nichts von schwarz Ich habe gesagt Du verstehst mich Oder willst mich jetzt nicht verstehen Bitte Jeder hat mich bestimmt verstanden Er sagt Du steht nicht perfekt Nein Nein Diejenigen An dem Tag An dem Tag Ja An dem Tag Am Tag der Auferstehung Wirst du diejenigen Die über Allah gelogen haben Mit schwarzen Gesichtern sehen Weil sie gelogen haben Da steht doch nicht Die Wo in die Hölle kommen Sind Werden alle schwarz Nein Die sagt Guck mal Wirst du diejenigen Sehen Die über Allah gelogen haben Mit Aber Alimo Alimo Das sagen wir auch gar nicht Das sagen wir auch gar nicht Wir fragen uns nur Was hat Allah gegen schwarze Gesichter Na oh Wenn ich doch sage Hey guck mal den Typen Der hat vorher einen Kaspar gesehen Und du ist voll bleich geworden Im Gesuch Habe ich jetzt was gegen die bleiche Oder hellhäutige Nein Er ist bleich geworden Meine Angst hatte Und das meint der Koran Aber das Das ist aber echt Ein Das ist aber echt Ein Vergleich Der nicht zulässig ist Okay Okay Das können wir jetzt Du so sehen Ich sehe das so Ich wollte es nur erklärt haben Nein Weil guck mal Dieses Vergleich Was du da bringst Kann man echt nicht akzeptieren Du vergleichst hier wirklich Das ist so Als würde ich sagen Hamburg ist eine schöne Stadt Und du fängst auf einmal an Zu erzählen Dass Elefanten schöne Tiere sind Nein Stimmt nicht Stimmt nicht Stimmt nicht Du kannst doch das Wort Gottes Nicht mit so einer Mit einer Redewendung vergleichen Was sollte er sagen Okay Was sollte er sagen Wie haben die ausgesehen Wie ein Elefant Guck mal Ich weiß dir gefällt das nicht Halt Halt Ich weiß Ich weiß dir gefällt das nicht Aber guck mal Okay Das darfst du mir zeigen Ich sag dazu nichts Ja man Komma Es wird zitiert Von Abu Dhar Abu Dhar Komma Ja nicht da Wir wissen ja was Dar bedeutet In diesem Moment hast du recht Brauchst du mir nicht lesen Das ist das Das hier Auch ein Hund wurde von Gott erschaffen Wer hat was gegen Hunde Hunde sind treuer Ich tausche einen Hund Ich tausche meine Kasse Nicht gegen 20.000 Menschen Das sage ich dir hier Ich tausche auch Meinen früheren Hunden Hätte ich niemals getauscht Gegen 100.000 Menschen Egal was so Farbe mein Hund hat Ich tausche einen Hund Gegen 20.000 Leute nicht Das sage ich dir Es gibt viel schlimmere Menschen Als ein schwarzer Hund Was erzählst du mir Das glaube ich doch selber nicht Das ist ein Der wo das geschrieben hat Der wo das geschrieben hat Diesen hat dies Der Ich will nicht fluchen Wirklich über Menschen Die über Tiere Überhaupt was zum melden haben Sonana habe Das war Sonana habe Hier Sonana habe War das Sonana habe Sonana habe Ich gebe dem Sonan Ja Ali Morda Du weißt aber schon Dass wenn du mit diesen Aussagen Irgendwo in den falschen Kreisen Landes Mit dir machen würden Ich sage es sogar In der Moschee Wenn mir jemand sagt Da ist ein schwarzer Hund Ich sage ich Da verpissst du dich Lass den Hund hier rein Ja heller los Nimmst du jetzt Verrückterste Typ Den ich kenne Das sage ich Wer Hund Wer einen Hund Nicht Der Hund hat Hat Schönere Bessere Zunge Als viele Menschen Das kannst du mir glauben Welche Hunde ich Angst habe Sag ich dir Ich habe vor Zweibeinige Hunde Angst Die sich als Mensch geben Vor denen habe ich Angst Nicht vor schwarze Hunde Die was Ja jetzt bist du Militante Veganer geworden Aber Nein ich bin kein Veganer Hier schon Ja du weißt Okay lassen wir mal Ali Morda Eine Frage Ali Morda Eine Frage Heute ich will eine Frage Wir stimmen Ali Morda Eine Frage Ali Morda Was würdest du denn dazu sagen Wenn dein Koran Nachweislich Einen Fehler hätte Einen Fehler hätte Nachweislich aber Ja schau mal Scheich Ich könnte dir jetzt Im Moment Über den ganzen Koran Nicht sagen Man muss Guck mal Du weißt selber Ich weiß nicht Ob du es weißt Oder nicht Aber man Ja aber Anbeantwortung Doch einfach mal Die Frage Was würdest du Das ist doch Das gesprochene Wort Gottes Wir könnten doch Davon ausgehen Dass das gesprochene Wort Gottes Keine Fehler enthält Was würdest du dazu sagen Wenn das gesprochene Wort Gottes Tatsächlich Fehler enthält Was würdest du dazu sagen Guck mal Scheich Du hast recht Wenn ich selber Ich muss es selber Nicht jemand Interpretiert mit dem Koran Sondern ich muss es selber wissen Und es muss mir wirklich Einer sagen Der vor mir steht Und sagt Ich studiere den Koran Und ich bin Des und jenes Der muss vor mir schreien Und das mir beweisen Wenn ich wissen würde Was ich bis jetzt Nicht gesehen habe Von dem Darf ich es dir beweisen Oder Nein Du kannst es mir nicht schicken Oder Doch ich kann es dir beweisen Weil du hast Guck mal Ali Mordaia Ali Mordaia Ali Mordaia Ali Mordaia Ja Ich mein es respektvoll Jetzt Natürlich Du bist ein Mensch Du Dei 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 Du bist ein Mensch Du bist über 50 Jahre alt Du hast dein Gehirn Du hast zwei Augen Du kannst lesen Dein Gehirn funktioniert Wenn ich dir zeige Wenn ich dir zeige Ich lasse es dich selber lesen Wenn ich dir zeige Und da ein Fehler ist Was würdest du dazu sagen Jetzt im Moment Würde ich dir direkt antworten Das muss ich jetzt Jemanden fragen Der anvertraut ist Der seit 50 Jahren Den Koran steht Den würde ich fragen Was ist das hier Aber ich würde jetzt Darauf keine Antwort Darf ich dir zeigen? Natürlich Du darfst mir alles zeigen Dann deine Du Wie du über den Koran denkst Das ist deine Sache Jeder wird für sich Zur Rechenschaft gezogen Deshalb würde ich dir Nie böses Wort sagen Du würdest sagen Das ist mir nicht darum Wie ich über den Koran denke Ich zeige dir doch einfach nur Was da steht Natürlich darfst du mir zeigen Selbstverständlich darfst du mir Aber ich sage ja Wenn ich nicht weiß Dann würde ich darauf nicht antworten Weil ich bin kein Gelehrter Ich zeige dir Ich zeige dir Natürlich Gerne Zeig du Wir haben auch einen neuen Gast mit dabei Amina Wichtig Lass mich ganz kurz mit Ali Mohr Diese Sache kurz durch haben Danach könnt ihr eine gepflegte Und schöne Unterhaltung haben Mit Den anderen Kollegen Also Machst du mich kurz groß Bruder 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 Also Ali Mohr Ja Ich hoffe mal Dass du ein bisschen Belesen bist In biblischen Sachen Ich verstehe nicht Wieso der Daumen Meine Decke filmt Ohne Witz Der ist ja voll bescheuert So jetzt mein Tisch Ja der hat irgendwas Gegen dich Ich sag's dir nur Oh John Ich liese sogar extra Einen Vers vorher Damit du mir nicht sagen kannst Kontext Okay Nein Was auch Bei mir gibt es keine Ausrede Wenn dann gibt es bei mir nur eins Bruder Ich kenne das nicht Ich muss es selber mal nachschauen lassen Das gibt es bei mir nicht Ich komme auch nicht mit irgendwelchen Tricks hier und nein und da Und da mach ich nicht Ich muss den Koran selber Können Okay Pass auf Also ich muss anscheinend immer so rangehen Damit es gescheit macht Das ist Dein Handy ist auch verkehrt Das ist Du glaubst mir ja nicht Ja weil das andere Bei den anderen Handys Akku leer gegangen Ja jetzt Das war das Sura Mariam Ihrem volk zurück Und trug ihn Also maria Das ist Sura Mariam Hier geht es um Maria Dann kehrte Dann kehrte sie Zu ihrem volk zurück Und trug ihn Sie sagten Geschockt Oh maria Du hast Jeden fall Etwas schreckliches getan Und guck jetzt geht es weiter Und jetzt geht es los Danach würde ich dir gerne Ein paar Fragen stellen Oh Schwester Aarons Dein Vater war kein unanständiger Mann Noch war deine Mutter unkeusch Okay Was sagt sie drauf? Was sie drauf sagt Ich kann nicht lesen Aber ist mittlerweile Nicht von Belang Also zeigte sie auf das Baby Sie rief hin Wie können wir mit jemandem reden Der noch in der Wiege liegt Das ist nicht aus der Das was hier steht Übrigens ist aus dem Syrischen Kindheitsevangelium Wo Jesus als Baby reden kann Das steht nirgendwo in der Bibel drin Das ist eine Apokrypische Schrift Aber schau was hier steht Ja Oh Schwester Aarons Ich habe zwei Fragen an dich jetzt Erstmal Zunächst einmal Weißt du den Kennst du den arabisierten Namen Für Miriam? Gut Miriam Ich glaube Das müsst ihr noch aus Genau 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 Richtig Richtig 100 Punkte 100 Punkte Günther Jauch Super 100 Punkte Erste Stufe Erste Stufe getroffen Der arabisierte Name für Miriam ist Miriam Zweite Frage 200 Euro Frage Weißt du was der arabisierte Name für Maria ist? Maria? Ja Ja Also Miriam ist Mariam Was ist der arabisierte Name für Maria? Also das hört sich an wie auch Mariam Hört sich an Richtig Richtig 300 Du bist jetzt bei Du bist jetzt bei Du bist jetzt bei 500 Euro Frage Du bist jetzt bei 500 Frage 500 Euro Frage Es wird ein bisschen schwieriger jetzt 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 sag mir bitte Okay Jetzt sag mir bitte Oh Schwester Aarons Ja Wer ist Schwester Aarons? Schwester Aarons? Weißt du wer der Bruder von Miriam ist? Wer ist der? Das ist der Bruder von Moses Ja aber könnte nicht alle gleich heißen? Also könnte nicht sein dass sie Bruder ich erkläre es dir gerade Guck mal der Koran sagt Der Koran sagt es hier klipp und klar Dann kehrte sie zurück zu ihrem Volk und trug ihn Sie sagten geschockt Oh Maria du hast auf jeden Fall etwas schreckliches getan Dann sagt sie Oh Schwester Aarons Dein Vater war kein anständiger Mann Noch war deine Mutter unkeusch Also Hier wird aus dem Grund Weil der arabisierte Name von Miriam und Maria Miriam ist ein Fehler begangen Vom Schreiber des Korans Er betitelt Also Guck Oh Schwester Aarons Das ist der Bruder von Moses und Miriam Der Schreiber des Korans nimmt an Dass es sich hierbei um dieselbe Person handelt Obwohl da tausende von Jahren dazwischen liegen Das ist ein Das ist ein riesen Fehler im Koran Ein riesen Fehler Aber findest du jetzt Dass jetzt Ich bin ja der Ali Aber ich bin ja nicht der Imam Ali Findest du nicht dass es vielleicht Der auch so heißt? Ich weiß es nicht Ich frage dich ehrlich Weil ich davon jetzt Von dieser Was meinst du wer noch so heißt? Wie meinst du? Was meinst du wer noch so heißt? Dann sagt der Moses Sein Vater heißt Aaron Oder wer? Nein Moses Seine Geschwister Miriam und Aaron Und der Bruder von Maria heißt auch Aaron Der Vater Mutter von Moses ist Amram und Jochebet Die Eltern von Moses Amram und Jochebet Die Geschwister von Moses Miriam und Aaron Er sagt knipp und klar O Schwester Aarons Und das sagt er zu Maria Also die Okay Die Maria Magdalena Maria also Maria Du weißt Bildin Maria Ja 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 Schüter Mariam Wie kann der Koran so einen Fehler machen Wenn zwischen diesen Personen Über 1500 Jahre liegen Aber warte mal Jetzt muss ich aber ehrlich was sagen Was denn? Steht steht im Koran Irgendwo Dass Moses sein Bruder auch Aaron heißt Nein, nein, nein Nein Ich frage dich Damit ich klage Weil ich bin Guck mal Schech Du musst bei mir eins wissen Ich bin nicht einer Der einfach springt Wenn da steht Irgendwas Ich hinterfrage Den letzten Punkt Das schwöre ich dir Egal was ich Ja Ich verstehe was du sagen möchtest Ich liebe dich wirklich Aber ich liebe dich ohne Spaß Aber wirklich Guck mal Die Die koranischen Schriften Basieren teilweise auf den christlichen Und auf den jüdischen Schriften Und nicht nur auf denen Ja 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 Das wurde offensichtlich Das wurde offensichtlich Falsch übernommen Und ich habe dir gerade gesagt Dass diese andere Sache Wo in Sude 1929 gesagt wird Sie zeigt dann auch Dass Jesus Baby Und dass Jesus Baby hat gesprochen Oder die Geschichte im koran Von wegen Jesus würde Tontauben Leben einhauchen Das steht nirgends in der bibel Das kommt aus dem syrischen Kindheitsevangelium Der koran antwortet Der koran antwortet hier Auf die fragen Aus dem syrischen Kindheitsevangelium Und weißt du wer dieses syrische Und weißt du wer dieses syrische Kindheitsevangelium Zu zeiten Mohammeds übersetzt hat Wer Ich habe dir gerade schon mal gesagt Ich müsste das wirklich Ich bin einer der Wo alles hinterfragen tut Egal was los ist Wenn der Du weißt jetzt die Suchen Ich habe dir die Suchen gegeben Setz dich damit privat einmal auseinander Mach ich mal Aber ich muss jetzt Harut was fragen Oder dich was fragen Ist egal bei euch beiden Frag Harut Ich gehe jetzt ein bisschen The Chosen schauen Der ist echt geil Weil das will ich weiter schauen Ganz schön chillen auf der Couch Nur zu empfehlen The Chosen Ich mache jetzt Brüder ich wünsche euch alles Gute Seid gesegnet Gottes segeln Gottes segeln Harut Harut Könntest du mir bitte Diese Sure im Koran 64 15 Könntest du das mit dem Handy Aufmachen Das deutsche Und kurz Du hast ja das arabische Glaube auch Wo oben steht Weil ich wollte wegen der Fitna Was sagen Von vorher Wo das mir jetzt auch so Wo du ja gesagt hast Allah macht Fitna Und Und Scheich habe ich ja vorher gefragt Das Fitna heißt nicht immer Herz sehr betrügerisch Oder wie auch immer Aber der Ich weiß Gott sei Dank Dem kann ich auch Ich kenne den Ich kenne den Vers Das ist Das Bestreiten wir auch nicht Nein Ich meine Das heißt Fitna heißt auch Irgendwo Es hat mehrere Bedeutungen Ja richtig Es hat mehrere Bedeutungen Ja Das heißt zum Beispiel Auch da In der Hinsicht Guck mal Du weißt Ich debattiere nur das Was ich selber kann Alles andere Gehe ich da raus Ich halte mich da Fern Nur da Guck mal Da ist Bei der 64 Heißt auch hier Ich weiß Auch Fitna Und das heißt dann Prüfung Weil Fitna heißt nicht nur Jetzt Betrüger oder so Da muss man schon aufpassen Und ansonsten Ja genau Fitna Und das heißt ja In dem Moment Versuchung Siehst du Das heißt Prüfung eigentlich Und da ist es halt ein bisschen Weil das kann ja nicht sein Euer Besitz Und eure Kinder Sind nur eine Fitna Also das wäre ja Betrug Betrug Das kann ja nicht sein Sondern es ist eine Versuchung Prüfung So Ja Richtig Ich weiß Aber das Ding ist Weil es im Arabischen ja Nicht nur für ein Wort mehrere Bedeutung gibt Und zwar Du kannst das Wort einmal dafür verwenden Dass es eine Versuchung ist Zum Beispiel Für die Muslime ist Das Besitz Der Besitz Und die Kinder Eine Versuchung In dem Sinne Eine Prüfung Wie geht ihr damit um Was Allah euch gegeben hat Ja 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 Aber in dem anderen Vers Wo war das? Geht es ja wieder um was anderes Ja Genau In 25 Das Problem ist immer Wenn man Wenn man Ganz Koran kennt Dann ist es immer das Problem Was wird hier gemein Und das ist Wir sind alles Amateure Wie hier im TikTok Oder egal wo Wir sind alles Amateure Ich denke immer so nach Wenn ich solche einfache Sachen Raus bekomme Beispiel Du Ich Egal wer von uns Ja Da gibt es doch so viele Professoren In muslimischen Bereichen Dann hätten die das doch schon lange rausgekriegen Und hätten gesagt Hey halt mal Für was mache ich das jetzt Guck mal was ich da sehe Das sind keine einfache Sachen Wenn ich jetzt den Adler blick Ist der Wachgrabz Der da Ja Aber Alimo Es gibt wirklich Adler blick Adler blick Wenn ich zu dir jetzt sage Was heißt Jus Gib mir eine Antwort Gesicht Oder 100 Nein Das heißt 100 Siehst du Und wenn ich sage Jusig Ja Ich weiß ja worauf du hinausfühst Ja natürlich weiß ich worauf du hinausfühst Adler blick Oder wenn ich sage bin Was heißt bin Ja bin kann vieles bedeuten Ich weiß ganz genau 1000 oder vielleicht Ich weiß ganz genau was du meinst Es sollte Sollte man da schon Bisschen Bei Bei Hadith Ich sage ja immer Oder bei Tafsire Ich mache da meinen Mund Niemals auf Niemals Nur Es gibt Infobank Was für den Aber Da muss ich Nein Verstehst du Amina 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 Erstmal Hallo Alimo Wir haben dich verstanden Definitiv Okay Alles klar Danke Amina Erstmal Der Herr Jesus Christus Segnet dich Du bist ja Muslim Was heißt erst mal Hamdulillah Dank sei zu Lachen Wenn nicht Allah danke Genau aber warum sagt man dann nicht Hamdulillah Warum sagst du Hamdulillah Wenn man Wenn man Alhamdulillah Dieses Wenn man Zusammen macht Zum Beispiel Du kannst auch sagen Alhamdulillah Allah ist halt Guck mal Du machst es so zusammen So wie im Französischen Wenn man so Sätze liest Man macht so Alles so zusammen Aber Aber hier steht doch Erstmal In Suche Redet denn jetzt gerade Erstmal Redet gerade Alimo Oder redet dieser Mit Amina 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 Sie heißt Amina Amina Was Nichts Wie hast du meine Stimme verwechselt mit ihr Sie hört man nicht Amina Amina Sprichst du Arabisch Amina Sprichst du Arabisch Nein Ja schade Weil guck mal In der Suche Al-Fatihah Fängt ja damit an Im Namen Allahs Bismillah Al-Rahman Alhamdulillah Rabbil Alamin Ja So Das fängt ja hier an Hier wird der Name Deines Gottes genannt Bismillah Im Namen Allahs Richtig Ja Ja Warum wird hier aber dann gesagt Alhamdulillah Alhamdulillah Das ist dieses Amam Aber hier steht Hier steht Allah Der Name Ja Allah Warum steht hier nicht Hamdulillah Warum steht Hamdulillah Das ist Hä Das ist so komisch Dass du das jetzt Auf jeden Fall Das ist Für die französischen Wenn man Zum Beispiel Bei manchen Wörter Sind gleich Aber je nachdem Was du machst Also was du Zum Beispiel Pass auf Ich erkläre es dir Guck mal Zum Beispiel Das im französischen Zum Beispiel Das ae i ou Dann machst du das Ach so ne Ist ein Englisch Dann machst du An Aus dem Begleit Ding Ich verstehe was du meinst Du meinst eine Abkürzung Aber mit Allahs Namen Können wir keine Abkürzung machen Pass auf Das ist keine Abkürzung Weil auf Deutsch Wird das übersetzt Im Namen Allahs Bismillah Und in Vers 2 steht auch Alles Lob gehört Allah Hier steht auch Allah Aber hier steht nicht Allah Hier steht Lila Hier steht Allah Und das ist richtig Übersetzt Nein, nein Das ist nicht das gleiche Du kannst doch nicht einfach Allahs Namen verändern Und sagen Das ist Allah Das ist trotzdem Beides Allah Bist du Ja Das ist trotzdem Beides Allah Komma Ich zeige dir Was das bedeutet Und zwar Hier Hier erfahren wir In diesem zweiten Vers Erfahren wir Steht sogar bei Beidem Allah Steht da Richtig Und das ist falsch Wie kann das hier Allah sein Einmal Allah sein Und das auch Allah Nur das ist Allah Jetzt haben wir eine Eine arabisch Die arabischsprache Haben wir gerade gesehen Mit Fitna Gibt es einmal Versuchung Ja Was Allah ist Gott Allah ist Der Gott Aber hier steht Nicht Nicht Lille Hier steht Lille Hier steht Lille Hier steht Lille Hier steht Lille Am Du Lille Weißt du Was das bedeutet Lille Es ist alles Nein Das ist dein Guck mal Ich mache Ich mache Jetzt diesen Buchstaben hier weg Das hier mache ich weg Guck mal Aber es ist richtig Guck mal Ich erkläre dir Nein 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 Ich erkläre dir Ich erkläre dir Pass auf Das ist dein Gott Das ist dein Gott Was sind das für Fachargumente Wie was Amina Das ist dein Gott La Lass einen Araberhof Die Welt Wie versteht das Nicht Ja Guck mal Hier steht Dank Sei An La Hamdu Lille Dieses Lille Bedeutet Geh Arabisch Lille Peinlich Wen Meinst Du Ich denke Der meint Dich Der meint Mich Weil der Selber Kein Arabisch Kann Dieses Hamdu Lille Dank Dank Amd Hamdu Lille Dank Sei Zu Dieses Lille Mit Diesem Unten Bedeutet Zu Wem Sulla Und das Kann ich dir Auch zeigen Dass dein Gott La Heißt Es Gibt Ja Auch Diese Gottheit La Pass auf Es Ist Eigentlich Voll Dumm Dass Du Genau So Was Fragst Anstatt Irgendwas Anderes Ja Dann Ist Ist Doch Nicht Schlimm Einfach Wenn Du Nicht Weißt Das Weiß Ich Nicht Ist Doch Nicht Schlimm Hol Mal Diesen Warten Eine Lade Aber Hoch Der War Da Ich Gerne Rika Love Oder Wie Die Heißt Pass Auf Ich Gebe Ein Dass Das Dann Können Wir Sehen Wer Das Auch Ist Wer Sich Hinter Diesem Gott Verwirkt Guck Mal Hier Das Steht Nicht Nur Hier Bei Wikipedia Das Steht Auch Zum Beispiel Auf Ägyptischen Travel Seiten Es Steht Auch In Allem Lexikon Lexikas Ich Weiß Nicht Wer Ich Weiß Nicht Da Holen Wir Ich Weiß Nicht Ob Es Ein Junge Oder Ein Mädchen Ist Auf Jeden Fall Holen Wir In Rika Salaam Aleykum Aleykum Salaam Mein Lieber Mein Lieber Wir Wissen Ganz Genau Wer Dieser Mond Gott Ist Und Zwar Wird Er In Allen Lexikon Beschrieben Dass Dieser Mond Gott Dieser Ägyptische Alte Mond Gott Lach Genannt Wird Lach Lach Sein Name Mond Gott Das Kannst Du Selber Forschen Dass Es Diesen Mond Gott Gegeben Hat Überall Allah Luna Diet Lach Pass Auf Das Steht Nicht Nur Im Internet Das Steht In Allen Lexikon Lexikons Über Alte Götter Über Alte Götter Ägyptischer Mond Gott Mond Gott Was Meinst Du Warum Alle Flaggen Fast Alle Flaggen Bei Islamischen Ländern Ein Mond Ist Halbmond Und Ein Stern Türkei Tunesien Und So Weiter Und So Fort Kannst Mich Mal Groß Machen Bitte Ganz Ganz Wir Machen Dich Gerne Hoch Ja Warte Kurz Ich Mach Mein Zweck Unglaublich Deine Argumente Also Sein Argument War Warum Hier Steht Allah Und Hier Steht Lilla Dein Problem Ist Dein Problem Ist Und Von Vielen Christen Von den 148 Zuschauern Die Können Kein Arabisch Ich Komm Hier Mit Solchen Argumente Die Können Aber Null Arabisch So Alhamdu Alles Lob Gehört Allah Lilla Würden Wir Sagen Alhamdu Allah Dann Wäre Was heißt Lie Für Und wer Ist Dann Warte 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 Wer Ist La Du hast Gerade Gesagt Lie Bedeutet Was An Also Auf Arabisch Also Lie Bedeutet An Jemand Richtig Dank Sei An Jemand Gericht Dieses An Sagen Mal Sagen Mal Ich Würde Jetzt Ein Beispiel Machen Amdoli Harut Amdoli Harut Dank Seien An Harut Richtig Ja Genau Wenn Ich Sage Wenn Ich Sage Wen Gehört Die Sandy Das Handy Harut Das Handy Liharut So Da Steht Aber In Deiner Übersetzung An Also Gehört Dank Sei Gehört An Allah Aber Da Steht Nicht Allah Da Steht Null Warum Steht Allah In Der Übersetzung Lillah Ja Lillah Aber Da Unten Steht Allah Als Name Wo Ist Denn Allah Geschrieben Da Steht La Bitte Verstehen Punkt Punkt Allah Ist Name Würde Ich Hier Dann Schreiben Sagen wir mal Hier würde Dein Name Stehen Harut Ja Dann würde Dahinter Dein Name L Stehen L L Harut Könnte Genau Argument Könnte Damit Auch Mit Argument Kommen Wo Steht Hier Harut Hier Steht Leute Hör zu Er Hat Das Gerade Selber Bewiesen Und Sich Selber Widerlegt Da Muss Eigentlich Muss Da Stehen Haben Du Allah Aber Da Steht Ham Du Lillah Ist Dein Gott Nein 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 Ah Okay Warte Warte Jetzt Verstehe Ich Dein Argument Jetzt Warum Steht Da Nicht Allah Aber Bei Übersetzung Steht Allah Warte Jetzt Verstehe Ich Beim Arabischen Oder Die Araber Generell Machen Kein Lahm Und Elif Dahinter Lahm Elif Lahm Das Machen Die Araber Nicht Machen Wir Nicht Wir Araber Machen Nicht Lahm Du Meinst Jetzt Würde Hier So Lahm Lahm Wieder Komm Lie Allah Ich Machen Wir Nicht Ich Könnte Ein Beispiel Geben Zum Beispiel Bei Mehrzahl Von Alam Wir Machen Halt Die Araber Benutzen So Haben Die Araber Gesprochen Die Machen Kein Lahm Lahm Harf Jar Und Danach Plus Artikel Also Ganz Langsam Moment Moment Du willst Also Sagen Wenn Mein Name Da Stehen Würde Und Mit A Anfangen Würde Ja Dann Würde Wenn Mein Name Mit A Anfangen Würde Also Mit Einem Mit Einem A Nach Dem Lie Würde Das A Weg Sein Dann Ist Noch Gar Nicht Mehr Mein Name Da Dann Wäre Da Guck Mal Wenn Aaron Stehen Würde Aaron Der Name Aaron Dann Müsste Da Stehen Haben Du Aaron Und Du Willst Sagen Dass Nach Dem Lie Die Araber Kein A Machen Dann Steht Da Haben Du Lirun Das A Fällt Weg Richtig Das A Guck Mal Die Harf Jar Und Ein Artikel Harun Ist Ein Name Da Ist Gar Kein Artikel In Dein Name Ich Warte Wenn Ich Sage Das Ist Ein Artikel Das Ein Artikel Willst du Sagen Dass Allah Kein Name Ist Ja Harun Hört Allah Ist Ein Name Das Kommt Mal Hier Steht Auch Da Gott Richtig Genau Jetzt Sagen Jetzt Ist Dass Dieser Name Allah Das Gleichzeit Artikel Und Name Zusammen Allah Der Gott Allah Und Name Allah Zusammen Deswegen Und Genau Das Wort Oder Dieser Name Das Hat Kein Mehr Zeit Im Arabischen Wieder In Weder In Der Bibel In Der Bibel Heißt Auch Im Arabischen Heißt Auch Allah Das Wurde Falsch Übersetzt Das Wurde Falsch Übersetzt Das Okay Gut Da hast Du Hast Du Selber Dich Hä Da hast Du Selber Gesagt Falsch Übersetzt Allah Allah Wurde Falsch Also Allah In Arabischen Bibel Sag Wenn Da Allah Steht Das Ist Falsch Übersetzt Wurden Warum Weil Die Christen Damals Die Damals In Der Zeit Wo Sie Angegriffen Wurden Haben Sie Das Übernommen Mit dem Schwert Und Haben Auch Diesen Namen Für Gott So Übernommen Bis All Jahr Und Bis Jetzt Ist Eine Falsche Übersetzung Nein Nein Die Atheisten Die Benut Entschuldigung Was für Atheisten Quatsch Die Gern Ich meine Allah General Araber Muslime Und so Die Sagen Allah Guck mal Guck mal Da steht Gehört Allah Die Übersetzung Auf Deutsch Alhamdulillah Dank Dank Gehört Allah Okay Und Allah Ist Der Name Von Deinem Gott Wenn Wir Jetzt Nach Deiner Logik Im Arabischen Nicht Von Mein Gott Nach Dem Lieben Kein Aleph Nehmen Dann Haben Wir Ein Dickes Problem Was Gerade Entstanden Ist Und Zwar Dann Kannst Du Jeden Namen Nehmen Der Am Anfang Ein Aleph Hat Ja Zum Beispiel Arun Oder Such dir Irgendeinen Namen Aus Mit Alin Alin Warte Wenn Du Jetzt Achmad Nimmst Wenn Du Jetzt Achmad Nimmst Und Das Fängt Mit Deinem Aleph An Und Dank Dank Ein Achmad Dann Fällt Das A Weg Dann Steht Da Ham Du Achmad Und Wer Ist Wenn Das Alles Weckfällt Hast Du Gesagt Die Araber Benutzen Kein Wo ist Das Artikel In Seinen Namen Achmad Das Hast Du Gesagt Ist Das Artikel Das Ich Hab Du Hast Gesagt Das Alle Fällt Weck Du Hast Gesagt Das Alle Fällt Weg Ich Bin Ich Bin Eigentlich Deswegen Hoch Gekommen Weil Das Eigentlich Kinderspiel Würdest Jetzt Einen Christen Hier Hoch Holen Er Würde Nicht Mal Was Dazu Sagen Es Egal Ob Der Arabische Christ Ist Oder Arabische Jude Ist Es Ist Mir Egal Ich Habe Hier Ich Habe Habe Ist Nicht Der Gott Der Bibel Warum Dann Könnte Ich Auch Ein Stein Nehmen Und Sagen Ja Du Bittest Allah Von Koran An Ich Bete Diesen Stein An Da Ist Für Mich Auch Allah Bete Ich Jetzt Den Selben Gott An Koran Das Ist Das Mir Schon Bewusst Euer Allah Heißt Unser Allah Heißt Allah Heißt Auch Allah Von Arabischen Christen Aber Er Betet Jesus An Unser Gott Heißt Jahwe Jaja Aber In Der Arabischen Bibel Steht Allah Auch Das Wurde Falsch Übersetzt Wurde Ich Bin Nur Hier Erstmal Diesen Argument Und Wegen Das Argument Davor Mit Acht Tagen Oder Sechs Tagen Wurde Die Erde Erschaffen Dazu Kommen Wir Noch Hier Allah Dieser Name Ist Artikel Plus Name Also Allah Der Gott Und Allah Zusammen Und Dieser Name Ist So Besonders Bei Uns Bei Arabischen Christen Und So Auch Kann Irgendeinen Arabischen Wissenschaftler Fragen Dieser Name Kannst Du Weder Noch Zu Weiblich Machen Oder Noch Mehr Zahl Von Mein Freund Willst Du Uns Jetzt Sagen Dass Allah Ein Name Ist Ja Oder Nein Ja Also Dieser Eigenname Allah Ist Auch Nicht Zu Trennen Richtig Wie Meinst Du Kannst Du Kannst Den Namen Allah So Wie Zum Beispiel Jetzt Deinen Namen Wie Heißt Du Wenn Ich Fragen Darf Wie Heißt Du Wenn Ich Fragen Darf Omar Omar Kann Ich Den Namen Omar Trennen Nein Kann Ich Den Namen Von Allah Trennen Zum Beispiel Das Alif Das Lame Das Meme Oder Irgendetwas Nein Nein Du Kann Ich Deinen Namen Trennen Du Ganz Kurz Arrahman Ist Ein Name Oder Kein Name Arrahman Ist Ein Name Ja Dankeschön Von Wo Kommt Es Von Rahman Genau Von Vergebung Von Alba Ist Das Ein Name Oder Nicht Ein Name Alba Alba Ist Ein Name Richtig Genau Jetzt Ist Ein Ziffer Eine Eigenschaft Oder Wie Etwas Ist Zu Ein Namen Geworden Heißt Ein Artikel Kann Zu Ein Name Werden Oder Nicht Erklärt Erklärt Danach Kommen Wir Zu Allah Ein Artikel Kann Doch Zu Ein Namen Werden Ja Aber Willst Du Jetzt Sagen Dann Bestätigst Du Bestätigst Doch Eher Meine Theorie Wenn Du Sagst Dass Der Das Mit dem Artikel Ein Name Wird Dann Bedeutet Der Name Wie willst Du Wie willst Du Allah So Trennen Dass Da Auskommt Das Geht Gar Nicht Da Gibt Es Nur Ein L Und Dann Was Ist Das Letzte Was Das Für Eine Frage Amina Ich Weißt Du Verstehst Du Kannst Kein Arabisch Aber Man Kann Allah Den Eigennamen Nicht Trennen Das Ist Sein Name Du Kannst Nicht Einfach Sagen All Und La Das Kannst Du Nicht Bei Allrahman Kannst Du Das Weil Rahman Ist Ein Wort Und Das Bedeutet Erbarmen Wenn Bestätigt Das Meine Theorie Wenn Du All Trennst Dann Kommt Daraus Der La Und Das Ist Dein Gott Deswegen Haben Du Lillah Da Ist Das Schon Getrennt Dank Seidem La Allah Ist Ein Name Arrahman Ist Ein Name Arrahim Ist Ein Name Alles Fert An Mit Alif Lamm Artikel So Ist Das Im Arabischen Kennst Das Oder Kennst Nicht Mein Freund Das Habe Ich Dir Doch Gerade Erklärt Aber Wenn Du Das Bei Allah Machst Ich Habe Dir Das Gerade Erklärt Wenn Du Dasselbe Rahman Und Rahim Ja Hast Du Ein Al Davor Gemacht Also Al Rahman Al Rahim Wenn Du Das Bei Allah Machst Und Auch Trennst Al La Dann Hast Du Doch Dein Gott Al La 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 Deswegen Darfst Du Auch Sagen Hamdulillah Dank Sei An La Und La Ist Der Mond Gott Der Ist Der Gott Der Mond Was Bedeutet Ilah Was Bedeutet Das Das Wort Was Bedeutet Das Mein Freund Ilah Bedeutet Bedeutet Auf Arabisch Gott Oder Gottheid Gottheid Ja Aber Da Ist Kein All Davor Bei Allah Ist Das All Davor Wir Bei Al Rahman Und Rahim Und Du Kannst Daraus Rahim Machen Und Rahman Und Wenn Du Das Bei Allah Machst Das All Wegnimmst Dann Kommt Allah Raus La Deswegen Sagst Du Hamdulillah Dank Sei Allah Und Die Übersetzung Ist Falsch Da Steht Dank Sei Allah Da Steht Aber Null La La Ist Dein Gott Das Ist Der Mond Gott Guck Mal Im Norden Von Europa Wurde Damals Was Angebetet Die Sonne Warum Weil Es Dort Kalt War In Den Heißen Regionen Wurde Der Mond Angebetet Weil Es Dort Zu Heiß War Heißt Das Nicht Alhamdulillah Nein Mach Mal Weiter Da Wenn Weiter Lies Wenn Stoppst Dann Ist Es Ohne Das Spiel Bei Uns Heißt So Das Spiel Da Unten Ist Ein Strich Da Steht Nicht Lach Da Steht Lahi Ja Aber Ja Aber Das Ist Auch Wenn Der Bruder Auch Wenn Du Stoppst Steht Da Nicht Lach Animo Animo Aber Sein Argument Ist Würde Man Den Artikel Also Quasi Alle Flammen Dann Wurde Und Er Sagt Das Ist Es Steht Ja Niem So Mond Gott Oder Animo Animo Guck mal Das Was Er Iben Gesagt Hat Mit Dem Oben Siehst Du Ganz Oben Links Steht Der Aller Barma All Rachman Ja Und Dann All Rajim Oder An Rahim Danach Der Barmherzige Er Hat Gerade Gesagt Woher Das Kommt Und Zum Beispiel Der Barmherzige All Rachman Oder Rahim Jetzt Ein Barmherzige Da Kannst Du Das A Und Das Alif Und Das Lieben Kannst Du Wegtun Dann Kommt Das Von Dem Stamm Von Wo Rahim Wenn Du Das Bei Allah Machst Wenn Du Das Bei Allah Trennst Guck mal Ganz Oben Allah Ganz Oben Wenn Du Jetzt Das Alif Und Das Leben Wegt Tust Kommt Allah Raus Und Unten Steht Auch Hamdu Lila Und Dort Wurde Getrennt Weißt Du Wieso Weil Es Wird Dank An Lila Macht Dieses Lied Komma Dieses Lied Dieses Erste Siehst Du Das Mit dem Harakat Unten Ja Das Bedeutet Zu Also Zu Jemandem Eine Person Oder Zu Etwas Lila Danach Da Wurde Das Schon Getrennt Das A Und Das L Ist Weg Das A Und Das L Von Allah Ist Weg Und Ich Hab Doch gesagt Die Araber Benutzen Darf ich mal Ganz kurz Ich hab Den Doch Gesagt Nicht Getrennt Habe Ich Gesagt Nicht Getrennt Ganz Am Anfang Habe Ich Gesagt Die Araber Benutzen Das Statt Lie Allah Heißt Hart Und Artikel Deswegen Machen Die So Eine Abgezung Lila Direkt Wenn Man Es Dann Also In Zwei Hälften Teilt Dann Würde Man Sagen Lie Oder L Allah Ich Verstanden Dein Argument War Allah Würden Wir Wenn Wir Jetzt Das Teilen L L Wenn Wir Jetzt L L Wegt Ja Genau Wenn Wir Das Jetzt Dann L Von Wo Kommt Das Wort Allah Von Ila Es Wenn Wir Das L Wegt Und Dann Das Wort Was Übrig Bleibt Dann Müssten Wir Das Ila Schreiben Nein Guck Mal Das Ganz Unten Haben Die Falsch Gemacht Guck Bei Ar-Rahman Haben Die Es Richtig Gemacht Und Bei die nehmen guck mal niemand nimmt noch mal einfach mal drauf guck mal mal doch mal haben du das richtig gemacht guck mal wenn man das alles und das leben weg tut bleibt beim zweiten rachmann richtig nur rachmann bleibt also dieses an komplexe rachmann alle kommt weg dann bleibt der rachmann jetzt kriegt man auf aber ich verstehe schon ich verstehe schon gemacht haben wir haben einen total schaden gemacht und kann nicht mehr raus weil auch noch mal haben die das a und das weg gemacht und haben gezeigt das kommt von dem wort rachmann machen die das a und das l weg und schreiben unten dass das das nicht von lach kommt ganz unten das wort sondern dass das eine alle flassen die da damit das zu in der wird ja nicht wirklich was ist sein argument damit wenn er damit irgendwas beweisen will oder dass dieser gott sonnenmodell hatte ich verstandene animat die haben was erklärt wenn man das auseinander tut da muss man schreiben all ihrer aber ist ein namen falsch 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 guck mal bei einem rachmann oder bei anderen haben die das a und das alles alle von das leben weg gemacht und der ursprung ist rahim oder rachmann okay ich komme mit dir ich habe aber aber wenn du das alle von das leben weg macht dann bleibt da null und dann haben die aber nicht nachgemacht ich komme ich komme mit dir ist ein fehler in den arabischen in den arabischen bibel steht doch auch aber mein freund mein freund du hast mich verstanden richtig ja ich hab dich verstanden jetzt ja wir müssen jetzt rausfinden wer ist die salat wer ist die salat kennst du kennst du die h du zeug jetzt mond gut wenn er das sagt dann ist auch in seine arabische bibel auch gut oder was auf mein freund ich biete nicht zu alarm und es ist eine falsche übersetzung unser gott heißt jesus christus und das ist auch nicht der isser aus dem koran sondern auf arabisch als jesus was und nicht eiser deine heilige bibel was haben auch eine bibel gemacht ist auch gefälscht wir haben die echte bibel dort dass ich gebe jetzt ein beispiel das wort eis da eben mariam das ist noch nicht mal dieselbe bedeutung wie jasua almasi jesus christus hat einen namen das bedeutet jachwe rettet jesus und mehr wollen wir jetzt namens tut er aber ist er aber ist nicht die selbe post machen pass auf und genau dasselbe haben die auch mit allah gemacht die habe ich mein freund die haben uns die wollten uns täuschen wieso indem die bei al rahman und al rahim das alif und das lieben weggemacht haben und gesagt haben das stammwort israel und rahman aber bei allah wenn du das alif und das lieben weg machst haben die uns unten gesagt dass das stammwort ist okay ich komme mit mir kannst du mal in den kommentaren lesen da hat eine so geschrieben astagfirullah ein messer war fragt sie mal lass mal hier hochkommen und die soll mal erklären was allah soll dieser mond gott oder irgendwas sein diese hawa die kann vielleicht nichts dafür aber ich bin heute für sie da um nicht nur diesen wurzel von allah zu bestätigen dass das nicht in der ist unten sondern dass das lach ist der mond gott ich bin sogar heute hier um euch zu sagen dass das einfach eine falsche mein freund es ist eine falsche übersetzung ich sage das ist unter unterdrückung und die haben das wort allah genommen weil sie durch das schwert angst hat und jetzt pass auf ich kann auch das beispiel genannt pass auf ich kann auch einen stein nehmen und sagen das ist für mich aber bete ich dann demselben gott aus dem koran ganz kurz holen mir einen beweis ein priester ein arabischer priester der gesagt hat dass man nicht ab auf die bibel ihr wollt mit der bibel den koran erklären ihr wollt in der bibel erklären warum mohammed in schlammwasser gebadet hat ihr wollt mit der bibel erklären warum er warum er schwarze hunde den teufel genannt hat ihr wollt mit der bibel erklären warum jesus nicht gekreuzigt wurde ihr wollt mit der bibel erklären dass jesus gebetet hat wie ein muslim ihr wollt erklärt mit der bibel dass alle 78 einmal sechs tage gebraucht hat für die schöpfung immer die bibel die bibel die bibel jane ohne die bibel wäre der karte total schade aber er ist schon ein total schaden in sich deswegen braucht ihr die bibel damit ihr überhaupt noch lebt soll ich mit lexikon erklären oder mit was soll ich denn er bitteschön erklären du glaubst doch an der bibel natürlich dann muss ich mit bibelferse kommen aber wenn du sagst man sollte nicht ganz kurz wenn er sagt allah sollte nicht da stehen und er sagt dass allah das kommt von mond gott oder irgendwas soll er ein beweis holen dass ein priester ein arabischer priester sagt dass tatsächlich so ist dass diese allah falsch übersetzt wurde und es ich glaube 2016 kann ich bin ein priester und ich bin ein araber und jetzt ich sage ja ja wer ist es gerade welches akkont ist es genau wer ist es hier der in seinem in seinem video ja ja warte ich rede mal mit mir ganz kurz du hast gesagt was soll ich das kannst du hast gesagt auch also die arabischen christen sagen auch zu gott allah stimmt was hat er gesagt hat doch gesagt arabische christen auch allah oder zu gott naja erstmal hat er das gesagt dann habe ich ihm gesagt dass denn dass das falsch übersetzt worden ist und danach wollte der hol mir einen arabischen priester denn ich sage ich bin priester und ich bin auch prüster arabischer priester was machen wir jetzt ja die knockout genau was will ich sagen immer noch gott noch gott noch gott jetzt ist das ist das jetzt noch ein argument mal so ja jesus kann man macht jesus 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 auf was hat das damit zu tun aber abu kanja jetzt wir haben wir haben wir nicht gemacht da ist nur noch sassen bricht und man warte mal was willst du genau wissen was willst du genau wissen was ist für dich jetzt unschlüssig erklärt mir aber abu kanja abu kanja abu kanja abu kanja ist es das geht nicht ich habe ich habe ihn jetzt deswegen ja also ich bin heute noch bekommen auf dein foto wie würde auf mein foto ist das ist ein islam hasser aber das müsstest du doch wissen oder animo ich weiß nicht hier sagt es kommen die saufung sprich aus 9 bis 8 oder was richtig der türkische islam hasser wurde um sechs tagen erschaffen und ich würde angeblich acht tage stehen ich musste wieder ich musste immer solche christen immer arabisch und richtig erklär doch mal mir aber ich habe ja du mein kann mein freund ja wo ist der ist schon längst weg ja schon längst weg pass mal auf wir sind in suche 1 eingegangen und ich habe ihm gesagt weil er über allah gesprochen ja hier steht drinnen bismillahirrahmanirrahim genau alhamdulillah rapi alamin genau so hier steht im namen allahs das ist minder genau und dieser buch du kannst nicht so lange ich warte mal sehr ruhig oben ganz kurz sein nur ruhig oder lange klein machen wieder ist die gebetszeit ist jetzt gebetszeit ich gehe kurz beten und dann komme ich wieder anschauen ja also hier hat bubenheim und elias dass wir erinnern mich diese zwei erinnert mich an harut und marut wir haben die leute verwirrt was soll das ja guck mal hier wir haben die obwohl ihr steht haben du lila also dieses lisa sagt man zu einer person dank sei an jemanden genau haben die auch mit allah über übersetzt das gibt es doch gar nicht haben wir überlegt weil obwohl da in lacht die mann aber draus lilla das ist genau das ist la und er hat gesagt guck mal man kann das trennen und er hat sich ein eigentor gegeben haben da steht doch ja da ist aber nicht allah das ist wegen dem redefluss genau ja dann haben die lilla hier ab ja also er hat hier gesagt in seinem lexikon was die auch völlig vergeigt haben hat er hier drauf geklickt ob er noch ja und hier auf also auf rachmann und rahim hatte drauf geklickt und gesagt guck mal woher kommt einfach man und einfach man kommt von der wurzel rachmann steht ja auch hier erbarmen und rachmann bedeutet erbarmen wenn wir das jetzt bei allah anwenden weißt du was da stand da stand nicht lach sondern die haben bei der trennung bei der entfernung von dem alle und dem lieben haben die unten anstatt la an die in geschrieben wir haben das alle gelassen richtig das ist das ist verfälscht wurde das sieht man doch schon ja ne wahnsinn oder die wollten uns nicht zeigen wer nach ist die wollten uns das die wollten uns täuschen ja nicht oder aber alles fängt schon bei inshallah wenn sie inshallah sagen die voll oft zur zeit inshallah aber falsch also das nicht gemerkt ja also an am meisten deutlich deutlich wird das in der surah 1 haben da ist das am deutlichsten richtig ja und das geleugnet oder wie ja der hat das er hat uns diese seite gezeigt und danach hat er gesagt ja was willst du uns dazu sagen jetzt ist das jetzt der mond gott habe ich ihm gesagt ja und danach fing an mit jesus mit biebeln immer ablenkend oder diesen die sind die sind wirklich krank immer bibel 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 ich verstehe das nicht wenn wir über eine sache im koran sprechen warum man jedes mal auf die bibel kommt du hast vorhin so schön gesagt ihr seid krank ihr seid glaube ich krank jedes mal kommt ihr auf die bibel dieser ablenkung das ist ja nicht normal oder die sind so verhext ich weiß es nicht also diese ablenkung jedes mal und außerdem oder er hat doch gesagt die arabischen christen sagen doch auch aber das problem ist türken christliche türken oder also türken die zum christenton konvertieren es die die verwenden kein türkisches kein türkischen begriff für gott und sagen auch aber das problem ist weil das allah sich in der türkischen sprache so vertieft hat ja dass man quasi kein anderes wort mehr hat aber sie meinen aber nicht den mond gott im islam und das verstehen viele nicht genauso wie arabische christen bruder arabische die sagen die sagen auch andere was sagen die andere bruder 99 prozent sagen das nicht das ist das ja ich weiß das wort ist auf türkisch für gott ich weiß aber verwenden 99 prozent der türken verwenden es nicht sogar türkische christ also bruder türken ich kenne ja türken sogar die sagen allah so und zum beispiel jetzt aber ganz kurz aber bei den arabischen christen bruder die können nichts dafür das ist in der sprache so verankert geworden ja dass sie nicht das ist dass sie kein anderes wort die sagen zwar ja rabbi ja die beworben das wort ja aber allah kann man nicht mehr vermeiden weil es in der sprache so sich vertieft hat es hat sich vertieft einfach in der sprache genau und wie schon der bruder harrod gesagt hat es heißt nicht allah sondern l heißt der der das kannst du sogar in wikipedia sogar google animo warum heißt es warum ist seine tochter allah und was also sagt allah und allah alle ist mit all ja ich bin ja jetzt keiner aber ich habe ja dort woher wurde geredet haben habe ich gesagt bei lach ist unten ein strich dann bezieht sich bis auf ihn habe ich gesagt das heißt nahi wenn dann lilla hi das ist ja 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 ich habe gesehen gehabt aber nur nach spät und ich habe gesehen nahi deshalb habe ich gesagt aber warte mal was schreibt einer was wir lesen aller christliche griechen lernt man aramäisch ok bruder ganz kurz kommen hoch ich kann aber mich kommen hoch kann man das ist mein doppelgänger das sind brüder die weil die feiern armenia hayastan und kalabach und so das ist so ein bisschen support oder weiß ich weiß das ist das ist ja das bild von zwei mal hat dann ein profilbild genommen aber dann merkt aber wie krank der ist übel wo da war es auch gemerkt als das neue video gesehen von mir und dir zusammen bearbeitet von hand oder du musst bei ihnen so ein nerv getroffen haben du obwohl du sehr sachlich bis bruder du musst so ein nerv getroffen haben der der onkel da wieder heißen also da ein schwarzes eins von einem afrikaner als bild hat sich lustig war afrikaner er hat eine von dir jetzt mal wenn das für ihn dass du im grab bist ich weiß wurde aber ganz ehrlich wie kommen meine meinung wie ehrenlos oder gottlos kann man sein dass man sich über sowas lustig macht ich hätte niemals sein name auf dem grab gemacht und dann noch sein oder meide ja richtig der der handy hat auch schon seit ein zwei wochen hat er so ein doppelbild von mir und von mark und um die angsthasen ja ja natürlich der geht extra immer so weg damit und diese eine ganz ganz verrückte ich weiß nicht ob du den kennst dieser joker ist joker der ist durch das krankenkopf der ist krankbruder er hatte noch immer bild von amir da haben ja genau jetzt hat er von dir oder jetzt hat er amir eins von mir und eins von ihr von nein wurde da komme ich als nächstes noch als vierter dann ist fertig allah wo das wahnsinn wirklich du musst aber überlegen dieser tag als ich quasi mit dieser sache mit dem paradies das hat ihn wahrscheinlich so verletzt oder dass ein video gemacht hat hat ihn wahrscheinlich so verletzt ja aber es ist die wahrheit oder das muss man aussprechen ja wegen der paradies oder wegen dem video meinst du mir das video oder schon auch mal so und das endwort oder mach mal auf weil wir mit 180 zuschauer die sollen alle mal das video sehen genau als gibt es zwei videos einmal das was dir die die geschwister gemacht haben einmal was der haben die gemacht hat das aber auch noch folgende dings als besten film hat er bearbeitet naja wie man sie gestorben da steht auch noch als text später abu hanja 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 ja nie wo hat er das gemacht auf der baustelle oder was guck mal jetzt mag wahrscheinlich bruder abu hanja abu hanja hanja und hier ist also sogar da macht der fehler sogar da macht der fehler von anfang an ein bisschen laut abu hanja abu Warum, wenn Allah uns erschaffen, dass wir heiraten, auch im Paradies? Also, das heißt Allah, dass du heiraten, wenn die Zeit, dass du darfst, du kacke nehmen, dein Gott, von deiner Bibel, von dem Wort, Jesus, von deinem Mund. Was sagt du? Hauf ab? Ja, ja, haust du ab? Hör zu, Jesu, was sagt er? Hör zu, die alle, ab und direkt. Hör zu, Jesu sagte, Jesu sagte, Jesu sagte nur gerade, okay, warte mal, wann du, ich, du, bei uns im Paradies kommt alles Parfum, von unserer Haut, bei euch gibt's keine Überlegung, außer du kriegst Kacken. Jesu sagte, ich sollte meine Reiche, meine Reiche löse hören, mit mir an deinem Tisch, die sind und trinken, wann du, ich, du, ein Thron, bei Allah, was passiert? Du kriegst Kacken, liebe Gott, wer ist Liebe, meine Frau, mit dir schlafen und Allah mir erlaubt, und der Kacken neben ihm und trinken. Lukas 22, Abuterek, komm rauf! Nicht versteckt. Du, 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 Andred, du, Mund halten! Bruder, er hat aber dieses Endwort weggemacht, gell? oder hat so gemerkt er hat voll viel geschnitten machen wir unser video das andere das was wir aufgenommen haben wo man alles hört wo er das n wort sagt und so gibt es noch ein neues weil kummer unser hast du nicht es war was ich dir geschickt habe ich schick dir kurz okay was ich kurz raus warte schickte ich habe warte es ist der wahnsinn heute hat er das alles nur kurz ja ich war ja an dem tag auch da wo ich habe entweder war ich beschäftigt das gar nicht gehört aber der der onkel da war hat gesagt wir haben es nicht benutzt ich habe gesagt okay dann müssen wir unsere flügel nicht so weiter nein das hast du falsch verstanden ich mache mich nicht lustig ich wollte nur aufklären ich mache ich mache ich habe mal erklärt ich sage mal gibt es das erberteile abrücken im christian hast du es bekommen ja ich habe sie geschickt jetzt kannst du groß machen so leute aufgepasst ja erklär mir warum im paradies warum man muss nicht auf dem allah ich erkläre dir okay es geht nicht unterleggen du musst mir erklären wie kannst du bei allah wie kannst du bei allah wie kannst du bei allah auseinandernehmen wie kannst du mit allah auseinandernehmen 200 leute aufnehmen abu direkt wird auf ok wie kannst du kacken lieben allah in dein paradies komme jetzt ich hab mich schon längst wieder einmal ausreden du weißt also ich möchte windeln windeln anziehen windeln schnell hör zu alles zackten kuran und warum wir werden mit dieser frauen schlafen Bruder, mach mal Stopp, mach mal Stopp, Harun. Weißt du, warum er gesagt hat, lass mich ausreden. Guck mal, du siehst doch bei mir ein Mikrofon, du musst doch ein Mikrofon wegmachen, ne? Ja. Als ich das Mikrofon wieder weggemacht habe, hat er gemerkt, dass ich was sagen will, der so, lass mich ausreden. Und der Bruder Adler dachte, er meint ihn, aber er meinte mich. Mach weiter, Bruder. Hören wir noch mal. Hör zu, Allah sagt im Koran, warum? Wir werden mit diesen Frauen schlafen. Lass mich ausreden. Keine Worte. Keine Worte. Ich schlafe mit diesen Frauen. Warum? Wenn Allah uns erlaubt, dass wir heiraten, auch im Paradies. Also, das heißt, Allah erlaubt uns, das zu heiraten. Wenn die zeigen, dass du kacken nimmst, dein Gott, von deiner Bibel, vom Wort Jüdus, von seinem Mund. Was machst du? Hau du ab? Hau du ab? Ja, ja. Hau du ab? Hör zu, Jesu, was sagt er. Hör zu, Diana, Abu Trek. Hör jetzt die Prinzessin. Huf Prinzessin. Hamdi dazu. Also, Jesu sagt zu denen. Hör zu. Jesu sagt, hör zu, Diana, kleine Kinder von Hamdi. Jesu sagte, Jesu sagte Lukas, okay, warte mal. Wann du isst du? Bei uns im Paradies kommt alles Parfum von unserer Haut. Bei euch gibt's keine Überlieferung, außer du gehst kacken. Jesu sagte, ich sollte meine Weiche, meine Weichlöse hören. Mit mir an einem Tisch essen und trinken. Wann du isst du? Einen Thron bei Allah. Was passiert? Du gehst kacken, liebe Gott. Weiß Liebe, meine Frau mit dir schlafen und Allah mir erlaubt, und der Kacken neben ihm und trinken. Lukas 22,3. Abu Trek, komm rauf. Nicht verstecken. Wie kackst du, liebe Gott, im Paradies? Komm jetzt. Leute aufgepasst, ach stopp, mach zurück, mach zurück, jetzt wirds interessant, Leute zuhören. Habt ihr das gehört? Habt ihr gehört? Bruder, das ist ein Rassist, das ist ein Rassist. Habt ihr gehört, wie er gesagt hat, komm an, Nigga? Überleg mal, überleg mal, überleg mal, überleg mal, er macht es und dann sagt er noch mal und er sagt ja und ich bin stolz drauf, hä, du bist stolz, du bist ein Tunesier, hä, was redest du grad für ein Müll, Bruder, aber das hat er gesagt, um sich zu retten, er wollte sich nur retten, indem er sagt, ja, ich bin stolz drauf, damit es nicht so schlimm rüberkommt, verstehst du? Er weiß schon, was er redet, Bruder, er wollte in dem Moment schnell sich retten und sagen, ja, ich bin doch selber einer, ist er nicht, Bruder, er ist ein Tunesier, er ist ein Tunesier. Ja, diese Taktik, diese Taktik kennen wir schon seit der vierten Klasse, Richtig, Bruder, weil Tunesier sind keine Schwarzafrikaner und dieses Wort N hat man nur für Schwarzafrikaner gehört und nicht Nordafrikaner, so, ne, Nordafrika ist ein Araber und ich habe noch nie gehört, dass man so ein Araber N sagt, so, auf jeden Fall, Bruder, er wollte sich selber in dem Moment noch retten, in der er sagt, ja, ich bin stolz drauf, ja, was redest du grad? Und außerdem, Bruder, Tunesien, ganz ehrlich, in ganz Afrika, Bruder, vor allem in Nordafrika ist Tunesien das Land mit dem meisten Rassismus gegenüber Schwarzafrikanern, das kannst du sogar googeln, sogar in Wikipedia sehen, sogar in YouTube gibt es Videos, Tunesien ist die Nummer 1, wenn es um Rassismus gegen Schwarze geht, Bruder, und grad er sagt noch so, Richtig, ah, wie kennst du das, Bruder, und sein Kollege, dieser, Bruder, ganz kurz, dieser Kollege von dieser Onkel Dauer, ne, der ist auch Tunesier, der ist auch Tunesier und macht sogar ein Bild von einem Schwarzen als Hintergrund, verstehst du, wie ich mein? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ah, genau, die Schwester, ganz kurz, sie sagt das auch, in Tunesien werden Schwarze Bruder Abid genannt, weißt du, was Abid bedeutet? Sklave, und das ist im arabischen Sprachraum Gang und Gebe, Bruder, das ist normal, Araber untereinander nennen Schwarze Abid, Abid heißt Sklave, aber das werde ich noch, hamd, die noch live noch zeigen, wart noch ab, heute Abend, er ist gleich online ab 10 Uhr, Bruder, ich nehme ihn auseinander, wart ab, diesmal, Bruder, wird er sehen, kein Problem, Akku war leer und er sagt Prinzessin anrufen, Prinzessin, abgehauen, Bruder, wie kann man vor so einer Sache abhauen, wo steht Pissen und Kacken, der ist dumm, er ist dumm, Bruder, wie kann man vor sowas abhauen, vor ein, vor ein Vers, wo nicht mal Pissen und Kacken steht, was redest du? Peinlich, 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 ja, peinlich, 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 ich hab ihn einmal gefragt, warum er nicht gegen Christian Prinz debattieren will, weißt du, was der gesagt hat? Hat Angst, ja, der hat mir sagt, seit 10 Jahren will ich mit ihm debattieren, aber nur auf Arabisch, ey, krass, 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 nicht mal Allah und Mohammed und Ibn Abbas können gegen den debattieren, das ist eine andere Liga einfach. Dunja, woher kommst du, du bist ja Araberin, woher kommst du, aus welchem Land, komm, ich hole jetzt deine Lügen raus, komm mal her, komm mal hoch, komm mal hoch, du bist ja Araberin, gell, die sagt, es ist ihr neu, guck mal wie die heucheln, Bruder, die sind so am Lügen, diese Araber, Bruder, einer der größten Rassisten gegenüber Schwarzen sind Araber selbst, Bruder, das sind nicht nur in der, nicht nur in der, in der, in der Sira von Mohammed, sondern das ist bis heute noch geblieben, nicht nur in der Zeit von Mohammed, sondern bis heute, Bruder, bis heute, die Leugnis, die Leugnis, und jetzt sind die, Bruder, das sind die, die, die am lautesten heute sind, ja, Rassismus, deutsche Rassisten, ihr seid die wahren Rassisten, Bruder, die wahren, die nennen Schwarze, bis heute noch Abit, ja? So wie, so wie bei den Schülpen, die sagen ja auch immer Senji, 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 aber Senji, Senji, genau, das habe ich sogar gestern noch erwähnt, der Adler hat sogar bestätigt, die sagen Senji, Senji, ja warte mal, warum Senji eine Beleidigung, soll ich doch mal uns erklären? Ja, genau, okay, ich werde jetzt, danke, nicht wundern, ja, ich gehe, eventuell, gucke ich mal bei ihm rein nachher, und dann, ja, meine Lieben, Gottes Segen euch, wir segnen es lahm, ein schönes Wochenende, und eventuell, bis nachher. Bis nachher. Tschüss, ich bin, Gott segnen. Gottes Segen. Ich, Bruder, ich schläge dir nicht, Bruder. Bis nachher, Abuchanjan, ne? Gottes Segen, mein Lieber.